Team Gold braucht noch einen Punkt, um die Runde zu gewinnen. Team Gold gewinnt. Runde 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 3 5 5 5 10 10 10 11 12 14 16 Team Gold baut den Vorsprung weiter aus. Team Blau holt auf. Team Blau holt auf. Team Blau holt weit zurück. Team Blau holt auf. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.